UNTERTITELUNG Mir hat mal jemand gesagt... In der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd, wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit. In den verbotenen Westen.